Eisenbahnstrecke wird die Verbindung von Orten mit einem Schienenweg genannt. Im Gegensatz dazu bezeichnet der Begriff Bahnlinie den auf diesen Strecken regelmäßig stattfindenden Verkehr. So können auf einer Strecke mehrere Bahnlinien oder eine Bahnlinie auf mehreren Strecken verkehren. Die Trasse der Eisenbahnstrecke kann mit einem oder mehreren Streckengleisen, mit Signalanlagen, Hochbauten, Kilometrierung, Weichen und Kreuzungen ausgestattet sein, des Weiteren mit Bahnhöfen und Haltepunkten für den Personen- und Güterverkehr. Einer Oberleitung für den Betrieb mit elektrischen Lokomotiven und elektrischen Triebwagen. Typisch ist bereits in der Frühzeit des Eisenbahnstreckenbaus die Errichtung einer begleitenden Telegrafen- und Elektrizitätsverbindung. Dadurch war nicht nur der Nachrichtenverkehr für den Eisenbahnbetrieb, sondern weitere Übermittlungswege möglich. Der Fahrweg der Eisenbahn ist aus einem Unterbau konstruiert, der lagerstabil aufgebaut ist und die nach unten gerichteten Kräfte der Bahnfahrzeuge aufnimmt. Außerdem führt er Niederschlagswasser ab, sodass auch bei Frost- und hohen Niederschlagsmengen seine Stabilität bestehen bleibt. Darauf liegt auf einer im Regelfall aus Schotter aufgebauten Gleisbettung ein Oberbau aus Schienen. Deren Fahrkanten die Bahnfahrzeuge in der Spur halten, Superlative. Die längste regelmäßig betriebene Eisenbahnstrecke der Welt ist die Transsibirische Eisenbahn mit 9.288 Kilometer. Erstmals und testweise wurde im November-Dezember 2014 ein Container-Güterzug auf einer 13.000 Kilometer langen Strecke von Yewu an der Ostküste Chinas in die spanische Hauptstadt Madrid geführt. Diese Streckenlänge stellt einen Allzeitrekord dar. 21 Tage dauerte die Hinfahrt. Sie lief über Kasachstan, Russland, Weißrussland, Polen, Deutschland, Frankreich, also durch insgesamt acht Länder. Achsweitenverstellungen und das Umladen war wegen unterschiedlicher Spurweiten nötig. Etwa alle 800 Kilometer wurde die Lokomotive getauscht. Die höchstgelegenen Strecken sind die im September 2005 fertiggestellte Elhasa-Bahn bzw. Kohinghai-Tibet-Bahn mit einem Scheitelpunkt bei 5.072 Metern Höhe sowie die peruanische V.O. Carroll-Central Andino von Lima nach Yuan-Chayou mit einem Scheitelpunkt auf 4.781 Metern. Die längste Eisenbahngerade der Welt mit 478 Kilometer befindet sich zwischen Kilometer 797 und Kilometer 1275 der transaustralischen Eisenbahn. Zu den meistbefahrenen Eisenbahnstrecken der Welt gehören die TGV-Linie Paris-Lyon, die japanischen Schoenkanzen-Linien. In Deutschland Abschnitte der Strecke Hamburg-Hannover und die S-Bahn-Stammstrecke in München. Ebenfalls stark befahren ist die Verbindung Frankfurt am Main-Mannheim mit annähernd 650 Zugfahrten am Tag. Die Trasse von Köln über Düsseldorf-Düßburg und Essen nach Dortmund, die durchgehend viergleisig im Raum Düsseldorf sechsgleisig ist, wird von bis zu vier S-Bahn, fünf Regionalexpress und einer Regionalbahnlinie sowie den Intercity- und ICE-Verkehr im Abschnitt Düsseldorf befahren und ist damit ebenfalls Eine der am stärksten belasteten Eisenbahntrassen. Außerdem sehr stark befahren ist die Berliner Stadtbahn. In Österreich werden die meisten Züge über die Westbahn- oder die Schnellbahn-Stammstrecke in Wien geführt. Streckennetze und Nummerierungssysteme zur betrieblichen und fahrplanmäßigen Organisation können für Eisenbahnstrecken-Code-Bezeichnungen vergeben werden. Verbreitet sind Kursbücher, die Verkehrsrelationen auf Fahrplanebene abbilden. Die Strecken werden dann mit Kursbuchstrecke XY angesprochen. Deutschland Zusätzlich zu den Kursbuchstrecken wurde in den 1980er Jahren von der Deutschen Bundesbahn in einer umfassenden Aktion das Gesamtnetz der staatlichen Eisenbahnstrecken Deutschlands auf Infrastrukturebene im Verzeichnis zulässiger Geschwindigkeiten systematisch erfasst und mit vierstelligen Streckennummern versehen. Diese werden auch außerhalb der Eisenbahnverwaltung in der Raumplanung oder bei der Planung von Verkehrsbauten verwendet. Die Einteilung erfolgt überwiegend nach Streckenanfang in Bundesländern. Gruppe 1000 ist gleich Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg und Bremen. Gruppe 2000 ist gleich Nordrhein-Westfalen. Gruppe 3000 ist gleich Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland. Gruppe 4000 ist gleich Baden-Württemberg. Gruppe 5000 ist gleich Bayern. Gruppe 6000 ist gleich Brandenburg, Berlin, Sachsen, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt. Gruppe 7000 ist gleich Verbindungskurven-Anschlussstrecken zu Bahnen im Ausland. Gruppe 9000 ist gleich sogenannte nicht bundeseigene Eisenbahnen. Punkt. Nach der inneren Logik dieser Nummerierung hat eine Strecke höchstens zwei Gleise in jede Richtung eines. Das sogenannte Eins-Gleis verläuft mit der Kilometrierung und in die gewöhnliche Fahrtrichtung. Das sogenannte Zwei-Gleis verläuft demnach entgegen der Kilometrierung und entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung. Weitere Gleise in eine der beiden Richtungen erhalten eigene Streckennummern. Demzufolge gibt es in Deutschland keine drei- und mehrgleisigen Strecken, sondern Trassen mit einer oder mehreren Strecken nebeneinander. Eine Parallelfahrt zweier Züge zwischen zwei Betriebsstellen ist also auf den zwei Gleisen einer Strecke oder je einem Gleis zweier Strecken möglich. Dieses Nummerierungssystem ist tief gestaffelt, zweifelsfrei, wird aufgrund seiner Unveränderlichkeit auch außerhalb der Deutschen Bahn AG angewandt und dient Fachleuten deswegen als universelles Streckennummern-System für die Mehrzahl in Deutschland vorkommende, auch bereits entwidmeter Strecken, zum Beispiel in Abrechnungsangelegenheiten oder bei anderen Äußerungen zu dieser Strecke. Außerdem gibt es im internen Gebrauch der Deutschen Bahn die historisch gewachsene Nummerierung in Buchfahrplan und Verzeichnis der Langsamfahrstellen. Im La-Verzeichnis und im Ersatzfahrplan sind Strecken mit bis zu dreistelligen Nummern vorhanden, wobei die eine Richtung zusätzlich ein A hat und die Gegenrichtung ein B, zum Beispiel Bereich Weststrecke 10A. Diese Streckennummern sind für jede Niederlassung der DB Netz AG eindeutig. Sie ragen teilweise in Bereiche benachbarter Niederlassungen bis zum nächsten Knotenbahnhof hinein. In Bahnhofsbereichen oder bei parallelen Strecken sind manchmal die Fahrtmöglichkeiten in Form von Bezeichnungen wie Gleis-W-Zwecksunterscheidung angegeben. Da gleiche La-Streckennummern in verschiedenen Niederlassungen vorkommen können und Strecken anderer Betreiber nicht zwingend erfasst werden, ist dieses Nummernsystem nicht so eindeutig und tief gestaffelt wie die Streckennummern nach VZG-Infrastrukturverantwortung. Bahnstrecken werden von Eisenbahninfrastrukturunternehmen betrieben. Für diese gibt es keine vorgeschriebene Rechtsform. Sie werden für Eisenbahnen des Bundes, vom Eisenbahnbundesamt oder für alle anderen Betreiber von der Landeseisenbahnaufsicht gemäß 6. Geprüft und eingetragen Das räumliche Ende der Verantwortung gegenüber einem anderen IEU ist die Instandhaltungsgrenze. Eine ältere Bezeichnung dafür lautete Bahnmeisterei Bezirksgrenze. IEU sind gemäß 4 Abs. 3 AEG verpflichtet, die Eisenbahninfrastruktur sicher zu bauen und in betriebssicherem Zustand zu halten. Anführungszeichen Das zeitliche Ende der Verantwortung für eine Eisenbahninfrastruktur wird mit dem Abschluss eines Verfahrens zur Streckenstilllegung nach LVAEG erreicht. Streckenstilllegung Nur mit einer Streckenstilllegung nach LVAEG kann sich ein IEU seiner Verantwortung für eine Eisenbahninfrastruktur entledigen. Dazu muss sie zuvor vergeblich in einer öffentlichen Ausschreibung zur Abgabe an ein anderes IEU angeboten worden sein. Zuständig für dieses Verfahren ist die jeweilige Eisenbahnaufsichtsbehörde. Früher wurde dieses Verfahren auch als Entwidmung bezeichnet. Frühere Bezeichnungssysteme Sachsen in Sachsen wurde schon zu Zeiten der KGL-Sächsischen Staatseisenbahnen ein Bezeichnungssystem eingeführt. Es bestand aus den jeweiligen Anfangsbuchstaben der jeweiligen Anfangs- und Endpunkte der Strecken, gegebenenfalls ergänzt durch Kleinbuchstaben. Um Doppelungen zu vermeiden, das System wurde auch bei der Reichsbahndirektion Dresden als Nachfolger der Sächsischen Staatseisenbahnen beibehalten und weiterentwickelt. Beispiele LD Leipzig-Dresden, BSG Buchholz-Schwarzenberg. Siehe auch Liste der Eisenbahnstrecken in Sachsen-Österreich. In Österreich sind die Bahnstrecken in das österreichische Eisenbahn-Kursbuch eingetragen, inklusive der Museumsbahnen, des Linienschiffverkehrs. Der Seilbahnen, die Busse sind in der Rö-BB-Postbus GmbH erfasst. Liste der Eisenbahnstrecken in Österreich, alphabetisch geordnet und aufgeteilt nach Art und Betreiber. Eisenbahnstrecken der österreichischen Bundesbahnen, geordnet nach Streckennummer. Schweiz. In der Schweiz werden Kursbuchnummern nach Fahrplanfeldern gegliedert und umfassen neben den Eisenbahnlinien auch Seilbahnen, Schiffslinien und Autobusse einschließlich des Fürstentums. Lichtenstein-Liste der Fahrplanfelder, schweizerische Fahrplanfelder. Geordnete nach der Streckennummer, Mitbahngesellschaft, Liste der bestehenden Schweizer Eisenbahnstrecken, bestehende Schweizer Eisenbahnstrecken. Lichtenstein, das Fürstentum Lichtenstein ist sowohl über die Eisenbahnkursbücher Österreichs wie auch Autobusse der Schweiz erschlossen. Luxemburg-Sier-Liste der Eisenbahnstrecken in Luxemburg. Frankreich. Das staatliche Streckennetz umfasst knapp 30.000 Kilometer und gehört dem Eisenbahninfrastrukturunternehmen SNCF Reseau. Der Personenverkehr wird größtenteils durch die Societe Nationale des Chim-RDFIR-Francais erbracht. Untertitelung des ZDF, 2020